jetzt ganz exklusiv für euch im test und zwar die funke thunder cracker thunder cracker d eingestuft sind diese ebenfalls wie gewohnt in der kategorie p1 als schallerzeuger und weil es so schön war, ihr habt es ja gehört, gleich noch eine vorgesehen so so Wirklich richtig richtig gute Böller. Ihr habt es gehört, die hatten richtig Druck. Echt der Wahnsinn. Unglaublich diese Teile und Schnipseln tun sie auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.